Willkommen zurück zur Rebellion, die genauso gut zu werden scheint wie die damals bei den Rodox. Zwei Fürsten auf meiner Seite, die anderen kriege ich nicht ran oder sie wollen nicht. Und zwischendurch kommen immer mal wieder welche und belagern die Burg, das ist nicht fein. Jetzt zum Beispiel ist es mal wieder so weit, da müssen wir schleunigst zurückreiten und helfen. Wären nicht diese ganzen Deserteure dieses Pack? Bitteschön. Aber jetzt lasst mich gefälligst auch in Ruhe. Ja, haut sie kaputt! Macht's alle! Aber kannst du mal weggehen hier jetzt? Jetzt reicht's mir aber langsam mal. Und überhaupt, was ist denn schon wieder hier hinten los, hä? Nein, ich möchte das nicht. Ein 133er möchte gerne kämpfen. Und wir warten hier mal drauf, dass er es wagt, die Burg anzugreifen. Dann kriegt er nämlich richtig eine von Latz. Shit! Das ist nicht gut, das sind vier zu viele. Aber ich gebe mein Bestes. Ich hoffe, mein Bestes ist gut genug. Weil ansonsten wird's ein bisschen problematisch, ne? Oh, dieses Spiel ist so gemein. Jetzt greift's schon an. Okay, jetzt geht's los. Ziert auf alles, was sich bewegt. Und vor allem auf die Idioten, die schieben wollen. Und auf die Schützen selbstverständlich, die müssen weg. Tötet sie! Wie die fliegen, müssen sie fallen. Sie sind in der Übermacht. Also zeigt, was ihr wert seid. Hallo, Fürst. Ich mach' dich fertig. Na? Oh, ein Scharfschütze da hinten. Ich seh' dich genau, du Schwein. Neue Leute! Also ich tue, was ich kann. Das sag' ich euch. Kommt schon, sie dürfen nicht stehenbleiben. Wir müssen allesamt elendig verrecken. Mist. Pfeile leer. Oh, wie sieht's aus? 35 getötet bisher. Jetzt kann ich nichts weiter tun als abwarten. Ich hab' keine Munizieren mehr. Pack. Jetzt geht's gleich los. Dann gibt's kein Zurück mehr. Ah, und ich steh' auch noch falsch. Du musst mich durchlassen, sofort. Okay. Armbrustschützen, mit deiner Armbrust kommst du hier nicht weit. Kommt schon. Einfach draufhacken. Ohne Rücksicht auf Verluste. Kommt schon. Ich lasse euch nicht in meine Burg. Ich lasse euch nicht in meine Burg. Oh, es sieht doch eigentlich ganz okay aus. Draufhauen! Draufhauen, sage ich! Ah, nicht auf mich draufhauen. Auf euch! Ich will nicht, dass ihr diese Burg bekommt. Ich lasse es nicht zu. Seht es ein. Oh, das ist ein Kampf hier. Das ist ein Kampf. Ich sehe auch keine Zahlen. Egal, wir müssen eh kämpfen. Wir müssen kämpfen, bis wir siegen. Anders geht's nicht. Hör mal drauf! Zwischen die Ohren! Macht's alle! Ich dulde keinen Rückzug! Verstärkung, die dulde ich. Die können wir gebrauchen. Aber eine Einnahme dieser Burg ist ausgeschlossen. Verschwindet, oder? Fuck! Oh, der Hund. Los! Immer weiter! Ganz gleich, was hier hochkommt. Es wird alles platt gemacht. Egal, wie stark es gerüstet ist. Egal, welche Waffe draufhauen. Aufhauen. Ich greif an! Peter ist im Kampfmodus! Es wird sterben! 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 Noch Fragen? Oh, da hinten ist noch wer. Hoch erhoben, die Waffe. Da-da-dam-dam! Diese Burg wird gehalten werden. Und sprung! Oh, ich frag mich, wie viele ich hier getötet hab. In dem Geschäft, wollte ich schon sagen. In dem Gefecht. Aber wunderbar sieht das aus. Die Burg ist gut zu verteidigen. Na, wollt ihr es nochmal versuchen? Also, wir würden euch gerne nochmal die Schnauze polieren. Das sag ich euch. Und wir werden es auch tun. Kommt ruhig rein. Wenn ihr das nächste Mal angreift, wird es nämlich das letzte Mal sein. Danach seid ihr beide fällig. Fällig seid ihr dann. Dam-da-dam-dam. Ja, haut bloß ab! Was für ein Kampf, ey. Was für ein Kampf. Gleich erst mal hier befördern. Haufen Fußsoldaten, das ist schön. Dann haben wir bald mal ein paar Reiter. Das könnten wir nämlich echt gut gebrauchen. Ach, die Swaden belagern euch gerade. Deshalb müsst ihr zur Hilfe eilen, ja? Das gefällt mir natürlich. Verschwindet! Macht Frieden mit mir und ich helfe euch bei der Verteidigung. Doch kämpft gegen mich und ihr werdet fallen. Aber Respekt, wie die Swadischen Leute jetzt wieder auftreten, ne? Schon am Ende geklaupt und jetzt haben sie schon wieder haufenweise Burgen erobert. Gewusst wie, kann man da nur sagen. Gewusst wie. Bei Burg Rindt ja sehe ich gar keinen Banner. Wurde das inzwischen... Ach doch, da ist es gut. Beziehungsweise schlecht. Ich hatte gehofft, dass wir ja schon mal zurückerobert wurden inzwischen. Aber... Dem war nicht so. Dam, 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 da, 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 da. Ach ja. Hallo Burg Rindt ja, Peter mein Name. Nur ein Fürst drin, das ist ja gut. Da probieren wir unser Glück. Ah, minus vier. Ich habe schon einige Momente... Verdammt, er hat dir irgendwas nicht gegeben, ne? Machen wir das. Ah, Mist. Das ist das Problem. Ich klicke das immer weg, anstatt mal zu gucken, was der da sagt und eigentlich will, ne? Probieren wir es halt hier doch mal. Ich habe es schon wieder getan, oder? Ich habe es echt schon wieder getan. Machen wir das. Ja, sehr schön. Und ne Burg eingenommen, ohne zu kämpfen. Ah, fantastisch. Weißt du was? Magst du gleich mal mitkommen? Das wäre ne ganz gute Sache. Dann können wir hier nämlich gleich noch was anderes klären, eventuell. Und zwar endgültig klären. Dreh die an. Acht Stunden. Dann wird diese Burg uns gehören. Der scheint auch drin bleiben zu wollen. Na ja, gut. Dann gucken wir doch mal, ob wir die nicht ein wenig vernichten können, ne? Du wirst nicht auf meine Leute anlegen. Du Hund. Ich muss ein bisschen näher ran. Ich will meine Pfeile nicht verschwenden. Wenn ich schieße, will ich treffen. Stirb endlich. Hey! Hey! Immer auf die Köpfe. Immer auf die Rüben zielen. Bis keiner mehr steht von diesem Pack. Zack. Neue Finder eingetroffen. Das gefällt mir nicht. Du bist ein ziemlich zäher Hund. Lasst mich halt runter, Mensch. Ja, getroffen. Wo steht denn der? Ich kann den nicht sehen. Ich kann den nicht schubsen. Ich rutsche. Das ist nicht gut. Ah! Wer war das schon wieder? Ich hasse dich. Du Schützenschwein. Schweineschütze. Das sieht doch eigentlich ganz okay aus. Finde ich zumindest. Das könnte natürlich noch besser sein. Aber wir fabrizieren hier ganz schön Schaden bei den Feinden, ne? schon wieder neue Feinde. Ich kann die nur leider nicht treffen, die da. Ich würde gerne, aber kann nicht. Ich würde gerne, aber kann nicht. Also es liegt jetzt leider an euch, ne? Ihr müsst jetzt zeigen, was ihr wert seid, Männer. Ich kann nicht mehr viel machen. Ich kippe nämlich auch gleich aus dem Latschen hier. 50 Feinde, ey. Ich glaub's ja nicht. Ja! Endlich mal wieder was getroffen. Ja! Ja! Shit, tut mir leid. Los, er schlagt das Pack. Okay, ich zieh mich da mal zurück. Boah, nur ein paar Leute haben die noch da drin, doch. Nur ein paar Leute noch. Das gibt's doch gar nicht. Ich werd's doch wohl schaffen, die da rauszutreiben. Ich mein, der hat leider nicht mehr viele, sonst würden wir's schaffen. Es bringt auch nichts zu belagern, wenn wir keine Leute haben. Folge mir! Jetzt hat er schon 11, das ist gut. Ich hab auch 11, sind wir schon mal 22? Damit können wir schon mal... Ne, 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 du musst schon mitkommen. Bleib stehen! Feigling! Oh, doch kein Feigling. Hä, hä, hä. Nichts wie weg hier. Aber jetzt haben wir schon drei Fürsten. Das ist doch schon mal was, ne? Die wollen sich Burg Ismirala zurückholen. Unschön, das Ganze, muss ich zugeben. Sehr unschön, das Ganze. Wenn ich wüsste, dass der nur reden will. Der Despin. Ah, shit. Verkackt. Tschüssi. Lasbische Frieden. Ich will nicht. Geht weg. Fußsoldat. Feinde in der Nähe von Burg Ismirala entdeckt. Tja, so ist das, ne? Aber der hat fast keine Leute, Mensch. Und ich hab zehn neue Rekruten. Komm schon, das passt. Ja! Jetzt machen wir euch fertig. Feuert ruhig, es wird euch nichts nützen. Zeigt eure hässlichen Rüben. Oh, du Sack. Jetzt komm schon. Der will sich einfach nicht mehr blicken lassen, ne? Kommt schon, ich muss auf das Ding da. Los, kämpft. Es sind doch nicht viele. Noch 18 Stück. Das packen wir. Los, weg. Noch Fragen? So gewinnt man einen Kampf. So und nicht anders. Oh, und zieht euch das rein. Jetzt kriegen wir erstmal eine schöne Armee hier zusammen. Erstmal natürlich hier... Sind zwar alles Vegieren, aber... mit denen führe ich kein Krieg. Von daher nehme ich das natürlich gerne an. Oh, jetzt wird meine Armee wachsen. Wachsen und gedeihen. Was will man mehr? Vegier Bogenschütze nehme ich auch noch mit. Das nehme ich auch alles an mich. Jetzt haben wir das erstmal geklärt. Das ist doch gut. Da-da-dam. Da-da-da-da-da-dam. Ah, da ist aber... Oh, was habe ich gemacht? Naja, ist da mal gegeben. Auch nicht schlecht. Der wird sich drüber freuen, eine neue Burg zu kriegen. Und ja, jetzt fängt es langsam an, Spaß zu machen. Langsam geht es doch voran. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. 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 Tschüss.